Normalerweise versuchen Tiere in der Wildnis aus Angst, sich von Menschen fernzuhalten. Als sich eine Tigerin einem einsamen Mann näherte, rechnete er nicht mit dem Unglaublichen, was sie von ihm verlangen würde. Die Wildnis war immer schon ein magischer Ort, den Josef gerne erkundete. Josef wurde in einem kleinen Dorf in Russland geboren und wuchs neben dem herrlichen Wald auf, der das Dorf umgab. Schon in jungen Jahren wurde Josef von seinem Vater in den Wald mitgenommen, um zu lernen, wie man jagt, Pferden legt oder einfach die Schönheit der Natur genießt. Als Josef älter wurde, nahm er einen Job als Jäger an, da er den Wald gut kannte und wusste, dass er auf sich selbst aufpassen und das beste Wild erlegen konnte. Aber er ahnte nicht, dass seine Liebe zur Wildnis ihn in eine Situation führen würde, die sein Leben für immer veränderte. Alles begann wie ein normaler Tag. Er wachte auf, als die Sonne gerade aufging und machte sich auf den Weg in den Wald. Ein paar Kunden hatten ihn gebeten, ihnen Fleisch zu besorgen und er selbst war knapp bei Kasse. Also ging Josef los mit dem Ziel, viel Wild zu erlegen. Er hatte bereits ein paar Vögel geschossen und beschloss, einen davon für sein Mittagessen zuzubereiten. Er befand sich in einem unbekannten Teil des Waldes, aber Josef hatte keine Angst, denn er konnte seine Spuren immer zurück ins Dorf verfolgen. Vor ihm konnte der Jäger viel Licht sehen, was bedeutete, dass es eine Lichtung gab, die sich perfekt zum Ausruhen eignete. Doch als Josef den Platz betrat, traute er seinen Augen kaum. In der Mitte stand ein Tiger. Josef erstarrte vor Angst. Das Tier hatte den Jäger eindeutig kommen hören, denn es starrte ihn direkt an. Aber obwohl er den Mann überrascht hatte, schien der Tiger ihn nicht verletzen zu wollen. Die Raubkatze verhielt sich sogar sehr ruhig. Josef nahm das Verhalten des Tieres zum Anlass, schnell sein Gewehr zu heben und es auf den Tiger zu richten. Doch die Raubkatze bewegte sich nicht und starrte den Jäger einfach nur an. Verwirrt durch das Verhalten und weil er das schöne Tier nicht erschießen wollte, wenn es keine wirkliche Bedrohung für ihn darstellte, senkte Josef langsam sein Gewehr und begann sich heranzuschleichen. Als der sah, dass der Mann sich auf ihn zubewegte, wich der Tiger ein paar Schritte zurück und knurrte leise zur Warnung. Als sich das Tier bewegte, bemerkte Josef, dass es eindeutig ein Weibchen war, denn ihre Zitzen waren voller Milch. Also musste sie ein paar Junge in der Nähe haben. Außerdem fiel Josef auf, dass die Großkatze hinkte. Der Jäger machte sich Sorgen und sprach leise, als er näher kam. Das schien das Tier zu beruhigen, denn es hörte auf zu knurren und erlaubte dem Mann, sich ihr bis auf wenige Meter zu nähern. Als Josef näher an die Raubkatze herangekommen war, stellte er fest, dass die Wunden viel schlimmer waren, als er dachte. Es sah so aus, als hätte jemand versucht, die arme Katze zu erschießen und sie dabei von hinten am Bein erwischt. Es war jedoch kein sauberer Schuss und die Wunde hatte sich offensichtlich stark infiziert. Als Josef den schrecklichen Zustand sah, wollte er sofort helfen, aber die große Katze hielt ihn mit ihrem Knurren davon ab. Dann tat das Tier etwas wirklich Außergewöhnliches. Sie drehte sich um und begann, zum Rand der Lichtung zu laufen, blieb aber stehen, als sie die Bäume erreichte. In diesem Moment hörte Josef zartes Miauen und Knurren. Es waren die Jungtiere. Die erwachsene Großkatze hob eines ihrer Jungen vom Boden auf und humpelte zurück zu Josef. Als sie ihn erreicht hatte, setzte die Katze das Jungtier sanft zu den Füßen des Jägers ab. Dann ging sie zurück, um ein zweites Jungtier zu holen und legte es direkt neben dem ersten ab. Josef war unglaublich verwirrt. Er wusste nicht, was die Tigermutter von ihm wollte und er hatte zu viel Angst davor, was sie tun könnte, wenn er versuchte, die Jungen zu berühren. In diesem Moment begann die riesige Katze, sich von dem Jäger und ihren Jungen zu entfernen. Josef war entsetzt und versuchte dem Tier zu sagen, es solle warten, aber die Katze sah Josef nur noch ein letztes Mal an, bevor sie im Wald verschwand. Der Jäger war fassungslos über das, was passierte, aber er wusste, dass die Tigermutter ihre Jungen nicht verlassen würde, wenn sie es nicht müsste. Er befürchtete, dass die erwachsene Katze wusste, dass ihr nicht mehr viel Zeit blieb und sie sicherstellen wollte, dass ihre Jungen überleben würden. Da er die beiden jungen Tiger nicht alleine lassen wollte, nahm Josef sie auf seine Arme und machte sich auf den Weg nach Hause. Im Dorf angekommen, beschloss Josef, die beiden Tigerkinder zum örtlichen Tierarzt zu bringen. Der bescheinigte den beiden Kätzchen einen einwandfreien Gesundheitszustand und erklärte Josef, wie er sich um sie kümmern sollte, zum Beispiel was und wie oft er sie füttern sollte, wenn sie älter wurden. Der Jäger bedankte sich und nahm die Tiger mit nach Hause, wo er die Ratschläge genau befolgte. Mit der Zeit wurden die beiden Jungen, die Josef Sascha und Alexi nannte, immer größer und stärker. Irgendwann wurden Beamte des nahegelegenen städtischen Zoos auf die beiden jungen Tiger aufmerksam. Sie traten an Josef heran und boten ihm an, die beiden Jungtiere zu kaufen, damit sie Teil der Attraktion des Zoos werden konnten. Doch trotz der hohen Summe, die sie ihm zu zahlen bereit waren, weigerte sich der Jäger, sich von den Tieren zu trennen. Er war der Meinung, dass er damit die Tigermama verraten würde, die Josef ihre Babys zum Schutz anvertraut hatte. Schließlich kam die Zeit, in der die beiden Tiger in die Wildnis zurückgebracht wurden. Sie waren zu wunderschönen Großkatzen herangewachsen und kannten alle Fähigkeiten, die sie zum Überleben in der Wildnis brauchen würden. Josef war traurig, die Tiere gehen zu sehen, aber er wusste, dass es das Beste war, denn sie gehörten in den Wald. Ein paar Jahre später kam Josef auf die Idee, zu der Lichtung zurückzukehren, auf der sich die Geschichte ereignet hatte. Er hoffte, dass die beiden Tiere in der Gegend sein würden. Als Josef die Lichtung erreichte, stellte er fest, dass sie sich kaum verändert hatte, auch wenn einige merkwürdige Löcher in den Boden gegraben worden zu sein schienen. Der Jäger dachte sich nichts dabei und beschloss, sein Zelt auf der Lichtung aufzuschlagen und dort zu übernachten, bevor er am nächsten Tag zu seinem Haus zurückkehrte. Kurz nachdem Josef sich für die Nacht eingerichtet hatte, hörte er ein seltsames Geräusch. Als er von seinem Lagerfeuer aufblickte, sah er einen riesigen Grizzly-Bären, der aus dem Wald auf die Lichtung kam. Der Bär bemerkte den Jäger sofort und ging auch sofort auf ihn los. Josef merkte, dass er sein Gewehr im Zelt vergessen hatte und da er keine andere Wahl hatte, sprang er von seinem Platz auf und sprintete in den Wald und weg von den Bären. Der riesige Grizzly verfolgte Josef weiter und holte den verängstigten Jäger bald ein. Gerade als es so aussah, als würde Josef nicht überleben, tauchten zwei orange-schwarze Flecken aus den Bäumen auf und stellten sich zwischen den Bären und den Mann. Als Josef sich zu beruhigen begann, erkannte er, dass es sich um Sascha und Alexi handelte. Die beiden erwachsenen Tiger stellten sicher, dass Josef hinter ihnen war, als sie den wüteten Grizzly abwehrten. Schließlich hatte der Bär die Nase voll und ging weg. Josef konnte nicht glauben, dass die beiden Tiere, die er aufgezogen hatte, ihm in seiner Not helfen wollten. Nachdem sie sich vergewissert hatten, dass es Josef gut ging, machten sich die beiden Tiger auf den Weg zurück in den tieferen Wald. Und obwohl Josef wusste, dass er sie wohl nie wieder sehen würde, war er überglücklich, sie gesund und wohlbehalten in der Umgebung zu sehen, in die sie gehörten. Lass mich in den Kommentaren wissen, was du von dieser Geschichte hältst und vergiss nicht, sie zu liken und zu abonnieren, um weitere, besondere Videos zu sehen.